Oh, ich seh wieder was. Die haben keine Vorhofe mehr, wo die Stangen sind. Sehr gut. Ich klau mir mal hier zwei deiner Planken, Schatzi. Ja, ja, alles gut. Ich bereite mir nämlich meinen Arbeitsplatz mal ein bisschen ansehnlicher vor. Ja, gern dir. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Es ist endlich wieder soweit. Nach einer kurzen Pause dürfen wir euch voller Stolz präsentieren Welsch Simulator. Zusammen natürlich mit der lieben Sarah, mit dem blieben Andres und natürlich dem Anime-Fan. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Und da sind wir Andres den Hühnerflüsterer. Und endlich ist auch wieder die Moku da. Und es gibt ein paar Neuigkeiten, denn es gab jetzt vor kurzem, wenn ihr das seht, am Freitag. Also letzten Freitag gab es ein kleines Update. Und zwar können wir jetzt neue Sachen bauen. Finde ich sehr charmant, denn es gibt zu einem Dekorationen. Ähm, solche hier zum Beispiel. Wanddekorationen und so weiter und so fort. Kleine Schilder. Baulich hat sich ein bisschen was, äh, getan. Ja, wir können jetzt zum Beispiel ein Bett bauen. Nein. Regale. Wandlampen, Freunde. Wandlampen. 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 Schilder. Dafür, äh, das ist dann so ein bisschen, ich denke mal wie In the Forest. Ist eine Lagerungsmöglichkeit für Stämme oder Planken. Regale. Und... Freue mich drauf, das auszuprobieren. Voll gut. Voll gut. Und auch, äh, vom Gebäudebau her gibt es ein kleines Update. Man kann jetzt Holztorrahmen bauen und Holztore. Das heißt, die grüne Meile könnte nochmal ein gutes Stück saftiger werden. Holzfenster und so weiter und so fort. Also, es ist ohne Ende geiles Duff am Start. Danke. Genau. Und ich darf auch gleich direkt anfangen hier. Ich hab nämlich noch zwei volle Milchkannen. Und fang direkt an mit der Käseproduktion. Oh yeah. Ach ja. Käse. Und ganz wichtig, der Eierkorb hat sich verändert. Wir haben 19 Eier. Ähm. Und... Oh geil. Man kann mit E die Eier direkt aufnehmen. Uh. Hm. Das ist... Nice. Und die haben jetzt zwei Farben. Also, es gibt jetzt braune Eier und weiße. So, die Namen sind gemacht. Geil. Endlich. Das war jetzt die ganze Nacht nur mit Benennen. Ja, wirst du gleich mal schauen, Freunde, wie die ganze Hühner heißen. Ah. Du wirst erstaunt sein. Verstört? Hoffentlich mehr erstaunt. Mhm. Also, sagen wir es so, bei dir wundert mich gar nichts mehr. Nö. Mich auch nicht. Und out. Erinnert sich bei... Äh, wundert sich bei Endos was? Nö. Das hab ich aufgegeben. Ist auch besser so. Es ist gesünder. Hm. Die haben halt wirklich die Steine weggemacht, ne? Genau, das ist auch nochmal neu hinzugekommen. Aber nicht alle. Ja, mach den. Oh, die haben Steine, wo du dein Gegenpiel hast weggemacht. Oh mein Gott, das geht so viel schneller gerade. Das geht ja sowas von viel schneller. Meine Schmeinis. Hallo Küch. Hallo Küch. Silo habe ich schon überprüft. Da sind wir noch im Grün. Ja, ich hatte gerade im Vorbeigehen nochmal jeweils E gedrückt gehalten. Sind wir grün? Sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Hallo. Also, ich guck mal gerade, wie viel Holz ich hier noch liegen habe, was noch weg muss. Gar nichts. Naja, hier oben sind auch noch zwei Stapel. Ach so, das meinst du. Ich hab's dir was machst du gerade. Sie sammelt Holz ein. Ach so, okay. Warum? Nö, alles gut. Stämme, wir brauchen Stämme, sagte da eben jemand. Ja, das stimmt. Anime-Fan hat sich wieder Holz geordert. Ja, 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 ich mach mal eben hier unten die Fällung komplett am Weg. Ich könnte schon mal in die Ego gehen. In die Ego? Wie ging das denn? Ja, das frag ich gerade nicht. Äh, V. V gedrückt halten. Ah, V. Ach, warum kann ich das nicht platzieren, weil da noch nichts dran ist? Okay, machen wir gleich. So. Du, bleibst du wohl hier? Es passiert doch nichts, Vuku hat Angst. Sie hört... Petrus, ich brauch Holz. Sie hört den Anime-Fan und hat Angst. Ja, erstens oben ist Holz. Ich wollte gerade sagen. Das nächste ist in Arbeit. Weil das Häuschen ist fertig. Man muss es nur zusammensetzen. Ja, dann mach doch. Da, wo immer Holz liegt, da ist auch Holz noch. Also, no joke. Äh, das geht so viel schneller gerade mit dem Käse. Aber es ist ja nicht das blaue Gebäude. Man kann es jetzt wirklich schon komplett konstruieren, bevor man was rein tut. Äh, war doch vorher auch so. Nein, die Wände konnte ich nicht erst jetzt, wenn die Wände bodenfrei drin war. Weil die Teile voneinander abhängig waren. Ach so, so meinst du das. Ja, geil. Was auch hinzugekommen ist, man bekommt jetzt wieder, wenn man Sachen abreißt, einen Teil seiner Rohstoffe zurück. Das ist reizend. Ich hab den Eindruck, so durch dieses Update, auch jetzt in letzter Zeit, haben sie das Spiel erheblich vereinfacht. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt negativ. Geil, kritisch. Was macht das hier auf der Seite? Nehmen wir erst dann zwei Holz mit. Weil ich drück jetzt einfach nur auf den Eierkopf und hab direkt ein Ei in der Hand. Du musst dich erst lange vorbereiten, wie ist das, jenes. Sehr praktisch. Hast du gerne Eier in der Hand, Ares? Ja, aber meistens nur die eigenen. Ja, eben. Die müssen ab und zu mal gerüttelt und geschüttelt werden. Außerdem ist das für Männer nun mal extremst beruhigend. Und das ist das Äquivalent zum Schnurren einer Katze. Anderes vergleicht das Eierhalten einfach mit dem Schnurren einer Katze. Emma, du hast ausgedient. Ich habe Eier. Oh, das willst du nicht gerne. Oh je, oh je, oh je. Das ist Emmas Problem. Schon ein bisschen, ja. So, gefällt es. Jetzt wird auch nur zersägt. Sieht interessant aus, wenn man den ganzen Wald hier so liegen hat. Werd ihr hinterher sehen, wie viele Bäume ich vergessen habe. Ich nicht sehe hier den Wust. Das ist ausgedient. Nice. Noch. Wie gesagt, fahrt auf der Straße vorsichtig. Hier liegen ja ein paar Bäume. Ja gut, ne. So ist das. Du kannst sehen. Auf jeden Fall im Lager, aber neben dem Hülpen haben wir kein Holz mehr. Anderes. Mhm. Habe ich alles schon entfernt. Ach lol. Wir hatten, ach stimmt. Die letzte Aufnahmesession ist Tatsache ein bisschen her. Deswegen bin ich da noch nicht so ganz auf den Dampfer. Ich war gerade noch im Kopf beim Stand. Wir haben nur zwei Kannen. Das ist nicht der Fall. Wir hatten nämlich ja noch Milch eingelagert. Und so weiter und so fort. Ja, das ist doch praktisch. So, einmal bitte die Milchkannen hinzugeben. Und dann fangen wir an mit der liebe Katha. Die bekommt jetzt die Zitzen massiert. Ja. Oh Gott. So, Wohin, jetzt hast du auf Holz warten. Ups. Schnapp dir dein Auto und komm hier unten Stämme holen. Ne, ich geh erstmal ein bisschen Fleisch versorgen. Ja, Likoka, nicht meckern. Du kommst auch dran. Auch an deine Zitzen geht ja alles dran. Genau so, nicht anders. Ich bin mit Likoka. Das war Kata. Äh, du bist... Ach, jetzt müssen wir irgendwann gucken, dass er ihre Kinder wirft. Ich müsste Schweine schlachten. Hier ist ein Bulle verbuggt bei mir. Cool. Schon wieder. Bulle, ja, okay. Es ist aber ein Bulle. Ja, trotzdem ist das irgendwie doof. Ich schau mal kurz. Der Geist von Skrow, ja, ich kann auch durchgehen. Also... Okay. Ich sehe hier nichts. Ja, hier ist weißer Bulle. Also, Schneeweißer. Ey, ist ein Prachtexemplar. Ja, es ist halt ein Geist, ne? Es ist halt ein... Ja, die Geister-Muku. Oh, der Geist. Das dürfte Muku sein, oder? Muku? Nee, das ist nicht Muku. Muku sehen wir mir. Okay, kannst du mir mal bitte Muku mitbringen? Weil die... Oh, mein Fuß. Ich bring dich zur Schlachtbank. Ach. Hör doch auf damit. Melkbank. Melkbank. Macht der Amku nicht so Angst. Die müssen früher oder später dran glauben. Du musst es ja nicht vorher sagen. Das wird doch realistisch. Letzten Endes sind es alles nur Schnitzel. Danke dir. Äh. Kannst du loslassen. Bin da. Hallo. So, mal schauen, ob wir irgendwas sehen, was sich geändert hat mit dem Jagen. Sonst war nichts drin, aber meistens nie. Die Rollstämme. Ist der Kuh gekommen? Aber warum haben die denn eigentlich die ganzen Steine entfernt? Weil Leute wie wir dagegen gefahren sind. Junge, was sind hier Baumstämme? Was hast du mit einer Brennstrecke? Ich hab doch gesagt, fahr vorsichtig. So, die Kanne ist voll. Du kannst jetzt nicht so tun, als wärst du überrascht. Doch, doch, doch. Bei dir muss man immer überrascht sein. Ja, aber das liegt eher an meinem Wortwitz und meinem sprühenden Charme. Außer meinem natürlichen Verständnis für Humor und meiner Bescheidenheit. Alter, also ich würde Änderungsum Schein nie in einem Satz verwenden, muss ich ehrlich zugeben. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nicht, wenn ich ehrlich sein soll. So, ähm, ja, das ist irgendwie doof mit dem, Papa, Mu, läuft hier noch rum. Die Kuh können wir noch nicht abmelken. Ich teste das lieber nochmal. Ja, Melkmaschine sagt nein. Dann ist das so. Dann können wir die noch nicht abmelken. Ist aber kein Problem. Äh, hat man nicht noch irgendwo eine Emma? Ja, die ist schwanger. Das hindert uns ja nicht daran, ihr die Milch zu nehmen. Genau. Die Arme. Katze hatten wir, das sind so bescheuert. Moko, Emma, hallo. Ich glaube, wir müssen nochmal umbenennen. Das geht so nicht. Sie heißt jetzt Katze. Wenn du sagst, dass du bei ihr an die Zitzen gehst, ne, das ist, ja, ne, merkst du selber. Soll jemanden zu Sarah an die Zitzen gehen? Das klingt nach einem Du-Problem. Alter. Ich dachte, sie mag den Spitz nicht. Ja. Tut's ja. Okay. Außerdem darf sie mich dafür gerne dann bei der Gamescom schlagen. Das ist okay, ich hab das dann verdient. Du hast mehr als nur Schläge verdient. Von ihr. Vielleicht. Von dir. Niemals. Ich brauch nicht die Gamescom, um dich zu schlagen. Nee, du brauchst dafür Mut. Das erfordert Mut. Wir brauchen Mut. So, Bambi hab ich schon mal doppelt erlegt. Aber ehrlich gesagt, war Bambi auch ein bisschen täuscht. Der hat dich noch nicht mal gewehrt, Aris. Schon wieder? Also alles wie immer, sagst du? Ja. Alles wie immer. Okay. Bambi auch immer noch gewehrt. Gerade wo ich das Bambi zählt hatte, die hatten immer gewehrt. Die haben die aufwendende Weihplätze angepasst bei den Bambis. Es stand nichts davon in den Patchnotes. Nee. Weil ich hab jetzt eigentlich ein Reh ohne Geweih gehabt. Das ist ein Reh mit Geweih. Also Hirsch. Hm, okay. Vielleicht waren wir einfach nur vorher doof und das ist uns nie aufgefallen, weil die Biester auf zu große Erfernungen abgeknallt hat. Die hatten alle Rehe, äh, alle Rehe. Die Hirsch hatten alle Rehe. Ja, genau. Ach, die waren als kein einziger Versickel glücklich. Oh Mann. Da steht ein Wolf auf der Straße. Wir fahren rüber. Stand ein Wolf auf der Straße. Hm. Ja. Frau, wo willst du mit der Karin hin? Äh, die Baumstämme wieder einsammeln. Wenn ich nachher was verkaufe, um zurückkommen, brauche ich mal was vom Laden, oder? Brauchst du das Auto, oder was? Nee, ich mach das selber. Anime. Ich muss auch Sachen zeigen, ne? Vergiss das bitte nicht. Ich will, ob ich mit Sitzenspiegeln müsste. Ja, ist... Das zeig ich euch nicht, Freunde. Sitzenspiegeln mache ich privat nur. Jeder, wie er mag. Dein Onlyfans-Account verkümmert nicht ohne Grund. Wenn du dabei bist, ist mir alles egal. Ja, aber ich bezahle nicht dazu. Ich habe Admin-Privilegien. Du bist das Videomaterial hauptsächlich. Nicht auf deinem Account. Okay. Was? Ich habe gehört, ich habe bei deinem Account Premium-Zugang. Dann kommt sich alles an. Das ist mein einziger zahlender Kunde. Ah ja. Das bekomme ich auch gratis. Keine Angst. Was? Was? Oh shit. Oh, warum? Warum? Ich habe es dir nicht mehr zu tun. Heute geht es ja schon wieder ab hier, Freunde. Alles wie immer. Nur schlimmer. Yep. So, gut. lalala, 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 lalala. Anna, warum bist du denn tot? Dass man nicht mehr gerade stapeln kann. Also, ich habe den Eindruck, sobald aus den Kälbern irgendwie ein Bulle wird, fangen wir an zu bangen. Und die halt... Ja, das... Ja. Weil ich kann den auch nicht verwalten, nichts, nada. Also, der steht hier jetzt rum. Und ist jetzt los. Okay, vielleicht ein Back im Spiel. Das ist so. Ist aber doof. Du kannst ihn ja so nicht schlachten. Du kannst ihn ja schießen. Hoffe ich. Nein, kannst du nicht. Okay. Ich habe es gerade tatsächlich getestet. Ja, ja. Weil wir wissen, wenn wir jetzt den Server neu starten würden, dann wäre... Ja. Tier weg. Also, so oder so. Geisterproblem. Okay. Geister auf der Ranch. Na ja, das ist bei Phasmophobia passiert. Äh, Ramson. Ich verwechsel das ständig. Uh, aus Gründen. Der Schuppen erinnert mich jedes Mal. So, aber... Ich würde doch mal gerne mal das anschauen. Dann schauen wir mal. Wenn du die Zeit hast, geh dir mal die Namen anschauen. Gleich. Ja, deswegen sage ich, wenn du die Zeit hast. Das hat nichts. Keine Priorität. Oh. Hm. Das ist doch gar nicht. Hm. Kein Tier mehr. Wo sind die denn alle? Das denn... Hab ich dich auch so ausgerottet mal wieder? Geil. Hey, es ist gleich 15 Uhr und man sieht wieder nix mehr vor lauter Nebel. Ja, das Wetter ist heute eher Penis. Ja. Ja. Das ist echt nur noch verrückt. Wenn wir Geld brauchen, wir schätzen aus alten Zeiten. Brauchen wir Geld? Nö, gerade nicht am 3000. Na dann. Wenn die wirklich so dauerhaft wiederholbar ist. Jedes Mal, wenn man den Server wieder lädt. Dann weiß ich nicht, ob wir das ausnutzen sollten. Wir arbeiten ja eh schon zu viert hier auf der Farm und haben es dadurch um einiges leichter. Nein. Wie seht ihr das? Ich sehe es genau. Ja. Bug ausnutzen ist genau wie wir den Franklin ausnutzen. Wow. Geht es da jetzt mal wirklich so rein Interesse halber? Wie geht das jetzt als Bug? Ist das ein Feature? Muss das so? Sollte man das da zu dem Zeitpunkt können? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Ich kenne dazu nur meine Meinung und das ist nur genau das. Meine Meinung. Mehr nicht. Das ist die Flugsjagd jetzt wahrscheinlich auch wieder da. Gucken, wie viele Leute tatsächlich was dazu in die Kommentare schreiben. Weil, wenn ich das so betrachte manchmal, dann sehe ich zwar Views, aber wenig Interaktion. Leider. Und für den Algorithmus ist die Interaktion gut. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Oh. Bestenburger sieht anders aus. Ja, die sind auch umdekoriert. Die haben jetzt auch schon die Bank mit eingebaut. Ja. Aber der Bestmutter ist auch kleiner. Guckt euch das an, Freunde. Die Fläche wäre am größer. Oh, ich sehe wieder was. Oh, man kann es mit dem Elkwiff zu den anderen aus. Die haben keine Vorhofen mehr, wo die Stangen sind. Sehr gut. Ich klau mir mal hier zwei deiner Planken, Schatzi. Ja, ja. Alles gut. Ich bereite mir nämlich meinen Arbeitsplatz mal ein bisschen ansehnlicher vor. Ja, kann dir. Plus 240. Ich habe Fleisch verkocht. Hallöchen, ich hätte gerne bitte einen Junior Burger. Das ist ja geil. Oh, lecker Burger. Freshdrinks. Ach so, ist das. Das wird dann einfach... Ja. Ich habe mich auf die Karte gemacht. Wo ist die Bank? Die wird hier schon gesehen. Hm... Steht die nicht... Doch. Ist das nicht das Rote hier? Wo du auch die Häuser, die Ranch in dem Sinne gekauft hast? Also, nee. Da steht sie nur draußen Williams Karschuk. Das haben die auch geändert. Früher war es ein Glasgebäude, das ist ein Rotes Gebäude. Ja, gehen wir reinkommen. Öffnen. Oh. Ich sehe das nur von hier aus. Sieht auch ganz anders aus. Hier ist jetzt nur das Auto und hier ist nicht mehr der Häuserköpfer drin. Okay. Hm. Kleiner Röderkaktus, der kackt dir auf den Kopf. Bitte was? Ich würde mal mit dem Kaktus zum Kaktusarzt gehen, wenn er dir auf den Kopf kackt. Hm. Ich kann es nicht auch angucken, Freunde. So ein Ausführungsmodell. Okay. Dann ist die Frage. in den Patch Notes ist... Entschuldigung, du zuerst. Da ist die Heidelbank, ja, dahinter. Ah, die ist jetzt abgetrennt, das Gebäude. Ja, und man kann ja mit ihr noch nicht sprechen. Man kann jetzt auch wieder Autos, die man nicht mehr braucht, verkaufen. Ja. Jep. Äh, Frau, schau's ja. Schau's ja. wenn jetzt die Bank ist, wo kriegt man dann die Häuserinformation? Ich hab mein Arbeitsplatz mal ein bisschen abgegradet. Nice. Ich find das hat was. Schöner wohnen mit Aris. Hallo. Ich bin der Aris Wittler und heute zeige ich euch, was ich aus dieser Farm gemacht habe. Ist halt echt original, so. So. Dann wollen wir schon mal die Kühe abmelken, aber keinen Käse vorbereiten. Okay. Oha. Wir haben hier einen Haufen von Holz, okay. Hä, das sieht ja richtig geil aus. Macht was, ja, ne? Ja. Definitiv. Hast du dir auch schon Motivationssprüche an die Wand gehängt? So in der Art, ja. Oh, die erste. Mit jedem Euter gibt es einen Käse. Oh, meine Herren. Ja, was weiß ich denn? Mir fallen für Farmer erstaunlich wenig Motivationssprüche ein. Mistes Landmannsgrube frisch geruft. Keine Ahnung. Was ist mit dem einen Übenen da kaputt? Was, die beiden, die außen stehen? Nee, die auf dem Futterdruck stehen. Ja, die haben sich da über Nacht auch hochgebackt. Dann habe ich die eben beim Umbenennen wieder runtergesetzt. Und wenn du sagst, die sind jetzt schon wieder drauf. Ja, Federkissen und Wildschaden. Ja. Wigel, wigel, Moko. Oh, gehen wir auf den Wasser, wer will das tun? Okay. Ja, wir sind da. Da sind auch viele hier drin, Freunde. Ich habe doch irgendwo angefangen. Ich weiß schon, ja. Okay, die braunen Hühner legen braune Eier, die weißen, weiße Eier. Was, mal legen die gelben Eier, Hühner. Legen die gelben Eier? Ich weiß es nicht, ey. Ich blicke hier mit den kühlen Gründen. Ich kann keine Eierküren schicken. Ja. Junge. Schacht doch nach Farben. Was? Ich finde die Namen voll toll. Mö. Was ist denn, mal hatte ich Hunger? So, Freunde, welchen Videonamen findet ihr den besten? Oh, andere. Oh, andere. Oh, böse Männchen. Da werden noch mal für gestern ein paar Respektchen verteilt. Ei, 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 ei. Vielleicht die eine oder andere. Sugar Baby? Du Scheiße. Das ist so ein Name. Oh, hier ist eins ohne Name. Okay. Ja, das eine, sollte auch eins ohne Namen bleiben. Okay, okay. Nicht vergessen. Die ganze Scheiße entfernt. Das hatte ich heute Nacht auch. Die blöden Viecher kacken überall hin. Aber danke, dass du das gerade auch wieder gemacht hast. Überall hin gekackt? Die Scheiße wieder entfernt. Ach so. Hallo. Und er anfängt mich hier in den Wald zu kacken. dann mache ich mir Sorgen. Ich sehe, die Schweine, ich wollte sagen, die Schweine haben die auch irgendwo scheiße gemacht. Mella, du bist aber sehr trächtig und ich bin schon sehr dick. Bald dürfen die rauskommen. So, wie sieht denn das mit den Eiern aus? Sind wir da? Haben wir da ein bisschen was am Start? Wir haben ein paar Stück drin, ich habe die noch nicht rausgeholt. Ich hätte den Kopf vergessen. Ja, alles richtig. Und nur die Scheiße rausgeholt. Gut, gut. Das ist ein Körbchen, Freunde. Obwohl, ja. Ah, machst du schon? Ja. Nice. Baust du gerade das Auto? Nö, ich spiele gerade mit Eiern rum. Alles klar. Das nenne ich Ares, das nenne ich Endres, das nenne ich... Kannst du dich mal am Arsch lecken. Nennst du, du benennst Eier? Ja. Hm. Du hast aber nur zwei, das ist dir klar, ne? Die sollen das, äh, fahren hier, so ein bisschen erleichtert haben? Oh. Nein, zack. So, jetzt dürfte ich alle Eier haben. Entschuldigung. Ich habe Sarah gerade mit dem Snappoint weggemäht. Ach, egal. Ich hörte es. Die haben das Fahrt erleichtert, Kappa. Ich habe niemanden Snappoint. Karshop. Nee, doch nicht. Williams Garage sieht auch anders aus. Best Burger hat einen komplett neuen Anstrich. Die haben mal Wärfel geändert. Oh. Oh, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Gott sei Dank haben die diesen Scheiß da weggemacht. Wir haben jetzt übrigens 16 Eier. Eier. Ich hasse dich gerade ein bisschen. Ich liebe dich doch auch. Hat er deinen Snappoint ruiniert? Ja. Den Glück, dass er mich nicht getroffen hat. und alles nur weil wir irgendwas sind. Ja, gut, aber Leute, dann würde ich fast sagen, fahre ich mal wieder zurück zur Ranch. Der erste Tag ist, äh, wow, äh, der erste Tag in dieser Aufnahmesession ist, ja, schon wieder fertig. Ich meine, was soll man was machen? Es wird scheiße dunkel. Die Schränke sind voll. Folglich wäre es jetzt selten dämlich, wenn ich in irgendeiner Form noch Käse vorbereite. Hallo. Das macht ihr aber schön da. Ist euch das nicht auch ein bisschen zu dunkel? Was glaubst du, warum ich die Lampe anhabe? Ich hab das Gamma hoch gedreht. Vielleicht nicht, ich nehm auf. Ja. In der Hoffnung, dass wir Webspace haben. Irgendwann wieder. Auch das ist eine Sache, die könnt ihr die Kommentare schreiben. So, gut. Witzige Angebote für Datentransfer im Rahmen von 100 Gigabyte. Gerne an uns. Jo. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich aber sagen, sind wir am Ende einer Episode angelangt, oder? Ha. Der Tag ging rum wie nichts. Küsschen. Jo. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertungen da lassen, schickt unbedingt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr die Kanäle vom Anime-Fan verlinkt, den Partner-Instagaming-Triebwerk und den Merch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sein schönes Menü. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, mach's gut und ciao. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.